Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu EEP. Ja, wir sind hier in dieser schönen Anlage stehen geblieben im letzten Livestream vor zwei Wochen. Letzte Woche gab es leider keine Folge. Gab natürlich gleich Kommentare. Ich habe das vergessen anzukündigen. Also das muss ich auch wirklich auf meine Kappe nehmen. Ja, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Und jetzt, ja, jetzt habe ich Gott sei Dank wieder Zeit und kann hier aufnehmen. Wir haben ja noch die Gleise oben. Also hier gibt es noch eine Menge zu bauen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich eine richtige Treppe nach unten baue oder ob wir damit leben können, so wie das ist. Wir müssen es ja nicht zu extrem machen. Es wurden sich auch unten in Livestream Geschäfte gewünscht. Kann man theoretisch gesehen machen. Aber ehrlich gesagt bin ich mir da noch nicht so sicher. Ja, ich werde jetzt so zwei, drei Folgen ein Stück aufnehmen. Ich werde das natürlich auch cutten. Das ist kein Problem. Also die Folgen einzeln in sich geschlossen sind. Das sieht schon echt cool aus. Und ja, wir werden mal gucken, wie weit wir hier mitkommen. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier versuchen, eine Treppe zu bauen. Das wird in der Folge die Herausforderung sein. Also sprich, dass wir hier, ja was heißt Treppe brauchen wir nicht, so ein unterirdisches Ding, was da hingeht oder so. Wir müssen mal schauen, dass wir hier auch Wände kriegen. Vielleicht kriegen wir da auch Geschäfte hin. Ich habe dieses eine Geschäft, diese Bäckerei gelöscht. Die hätte ich vielleicht da lassen sollen. Ich gucke gerade noch oder habe ich sie da? Ne, das ist der Bahnhof. Schade. Ah, ist es das hier? Auch nicht. Oder? Ne, ist es auch nicht. Ja, das können wir ja nochmal raussuchen zur Not oder überhaupt mal gucken, was wir hier für Fassaden vielleicht nehmen. So einen Bahnhofseingang können wir jetzt auch selber bauen. Das könnte ja offen sein. Das muss ja nicht irgendwie mit Türen oder sonst was sein. Da sind wir kreativ. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich höre mich so ein bisschen verschnupft an. Das liegt übrigens daran, nicht, dass ich Corona hätte oder dergleichen. Zum Glück nicht. Es liegt einfach eher daran, dass in den letzten Tagen es minus sechs Grad nachts waren. Und ja, ich um sieben Uhr morgens vorhatte einzukaufen. Vor diesem ganzen Stress, den man dann überall hat, habe ich gedacht, gehe ich morgens einkaufen. Und habe mich einfach nicht dick genug eingepackt. Habe das dann nach fünf Minuten Gehweg gemerkt. Ungefähr eine Viertelstunde musste ich zu den Laden gehen. Und dann natürlich eine Viertelstunde zurück. Das heißt, ja, ich bin zum Laden hin. Es war dann irgendwann bitterkalt. Bin da rein. Und ja, da konnte man sich wieder auftauen. Dann ging es natürlich wieder raus. Es war wieder bitterkalt. Man ist nach Hause gegangen. Und wahrscheinlich habe ich mir da einfach ein bisschen einen Schnupfen durchgeholt. Also nichts Wildes. Keine Sorgen. Ja, auf jeden Fall höre ich mich deswegen so ein bisschen nasal an. Gut, ich würde aber sagen, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich muss mich da jetzt erstmal wieder zurechtfinden. Bitte da um ein bisschen Verständnis. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir die richtigen Treppen. Das wäre die Alternative als richtige Treppe. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Wir können sogar die richtigen Treppen nehmen. Ach, liebe Leute. Kommt, hört auf. Hm. Ich will das nun mal im Mail angucken. Dreh dich bitte mal. Und zwar möchte ich, dass du dich drehst um 90 Grad. Jetzt muss ich da wieder ein bisschen kämpfen. Das sieht gut aus. Das sieht ja schon fast besser aus, oder? Obwohl, naja, ob das jetzt besser ist, ist auch relativ. Dann sind wir mal ehrlich. So. Ich will mir nur mal gucken, welche Höhe das hätte. So in etwa. Oh Gott. Und dann, nee, das geht nicht, weil die Tunnelausgänge da sind. Also das passt dann auch nicht so ganz. Also, ja, vielleicht woanders, aber nicht hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann lassen wir das einfach so. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Wir können übrigens auch hier mit diesen tollen Betonklötzen weiterarbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Schöne ist ja, dass wir da zur Not die Fassaden vormachen können. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ist das der richtige? Natürlich ist das der falsche Wert. Das ist immer so. Das müsst ihr euch merken. Grundsätzlich nehme ich immer den falschen Wert. Egal, welchen ich nehme. So. Dann können wir den nämlich da ransetzen. So. Und jetzt müssen wir nur mal schauen, wie wir das machen. Da da der Eingang ist. Da hinten hatten wir keinen, ne? Ne. Wir haben nur einen hier gemacht. Den soll es nur hier vorne geben. Gut. Wenn es nur hier vorne einen Eingang gibt. Aber wir hier. Wir müssen mal gucken. Das würde sogar passen. Das machen wir jetzt so Pi mal Daumen. Das ist ja jetzt nicht notwendig, dass wir da eine Wissenschaft anwenden. So. So. Den dürfen wir dann hier hin machen. Sieht sogar ganz gut aus. Flackert ein bisschen. Nehmen wir den ein bisschen auseinander. Auch keine Lücke. Die Automaten hängen in der Luft. Das ist noch nicht schlimm. Das werden wir auch noch angehen. Aber wie gesagt, Step by Step. Dann der nächste. Mir wäre es wichtig, dass wir hier jetzt den Eingang so halbwegs mal hinbekommen. So. And the next try. Ja, mit Copy Pass. Übrigens. Ich habe mir das mit SDGC und SDGV gemarkert. Die Werte. Also da vielleicht, falls sich jemand fragt, wie geht das jetzt gerade, dass die Werte da immer wieder gleich habe. Die sind im Speicher. So. Ich würde mal sagen, so sieht das schon ganz gut aus. Wir müssten hier sogar wahrscheinlich diese Mauer, die müssten wir dann gleich nochmal diese Lärmschutzmauer verlängern. Ich müsste mal gucken, ob es die auch mit Glas gibt. Das wäre ziemlich cool. Am Bahnhof hat man ja meist irgendwie Glas. Alternativ würde es halt auch so gehen. Ist jetzt nicht mega dramatisch. Ich würde fast sagen, so kann man das machen. Und wir gucken mal nach Fassaden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die genau hier sind. Verkehr dürfte es auch gar nicht sein. Was ist denn da bei Bahnhöfe? Das sind die fertigen. Ah, vielleicht habe ich hier dieses Gebäude, was ich gesucht habe. Nee. Wahrscheinlich ist es aber auch kein Bahnhof, den ich suche. Sondern es war ein Bäcker, glaube ich, den ich gesucht hatte. Nö, ist hier nicht. Ich habe gedacht, ich gucke mal nach. Verkehr kann es eigentlich nicht sein. Prellböcke habt ihr mir auch einen guten Tipp letztes Mal gegeben in Livestream. Sonstiges. Was haben wir da? Ah, diese Fahrraddinger und so. Ja, das müssten wir auch noch machen. Das können wir hier vorne dann auch noch bauen. Also ich würde mal sagen, in den nächsten zwei, drei Folgen machen wir hier diesen Bahnhofsbereich. Einfach mal komplett fertig, dass wir den haben. Und dann können wir in hoffentlich drei oder vier Folgen auch die ersten Menschen hier rumlaufen lassen. Und dann würde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen ans Schienennetz machen, dass wir das so ein bisschen, ja, ein bisschen fertig bauen. So Straßen- und Schienennetz. Wie gesagt, damit wir das mal so ein bisschen vergrößern. Das ist ja eine Ortschaft und wir haben schon recht viele Folgen. Das ist okay. Wir basteln ja hier auch. Ja, aber es wäre natürlich auch schön, wenn es da ein bisschen vorangeht. Da ist auch gerade geflackert. Das habe ich doch ganz genau gesehen. Okay, jetzt sieht alles gut aus. Weil flackern mag ich gar nicht. Die Mauern müssten wir auch noch auf der anderen Seite dann machen. Aber wir machen jetzt erstmal nur die Seite schön. Also die Seite ignorieren wir erstmal komplett. Es geht mir nur hier vorne, den ganzen Bahnhofsplatz mal irgendwie fertig zu bekommen und zu schauen, ja, wie da was zu machen ist. So ungefähr. So, dann müssten wir hier rein. Denn eine steht fest. Hier haben wir in etwa das Gebäude. Und dann soll da auch keiner reingehen. Also das wäre so die Eingangsgröße, die wir hätten. Ich würde, wie gesagt, gerne die Fassaden jetzt haben. Hat mich vertippt. Ich weiß es gerade nicht. Immobilien. Ist aber richtig, ne? Das sind Immobilien. Vielleicht hat mich auch einfach vertippt. Ich habe jetzt gerade gar nicht darauf geachtet. Aber was mir gerade noch einfällt. Begrenzungen. Wir brauchen natürlich auch Licht irgendwie auf dem Bahnhof oben, ne? Da haben wir, glaube ich, gar nichts. Bevor wir das vergessen. Ah, ne, diese Dinger leuchten, glaube ich, ne? Weil das ist mir gerade eingefallen noch, dass wir das noch machen. Die müssen wir eh noch fertig einrichten. Da gibt es auch noch mehr als genug zu tun. Was ist das denn hier? Aha. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ach, du Heiliger, guckt euch mal an, wie lang diese Liste ist. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das sind sämtliche Begrenzungen. Oh, das ist aber cool. Das könnte schon wieder Style haben. So, wartet mal. Und wenn wir das hier so als Bahnhofseingang machen, könnten wir ja machen. Den tun wir halt eher hier hin. Da da die Treppe ist. Das würde ja theoretisch gesehen gehen. Ein bisschen tiefer muss er noch. Ja, ich denke, so ist okay. Das hätte irgendwie ja auch was. Und jetzt müssen wir mal gucken, wonach wir uns richten. Entweder hier oben nach. Oder hier unten nach. Wir könnten auch so machen. Dann steht es halt ein bisschen mehr ab. Hätte aber, glaube ich, mehr Style, oder? Und wie gesagt, es kommt hier echt nicht auf Millimeter dann mehr an. Ob das jetzt ein Dezimili-Mikrometer da mehr ist oder da, das ist natürlich schon. Ist dann aber auch wurscht. So sieht das, glaube ich, echt cool aus. Das ist jetzt eher das Problem hier. So, den müssen wir natürlich wieder auf Kurs bringen. Und natürlich sieht das ein bisschen doof aus. Das könnte flackern. Jetzt heißt es, ein bisschen experimentieren. Ein bisschen zu groß. Ich glaube fast, dass das schon ganz gut ist. Einen Ticken müssen wir noch. Was ich aber nicht so ganz verstehe, ist, warum steht der hier so weit ab? Ah, der hat, glaube ich, hier eine Kante, ne? Der hat hier so eine Kante, warum auch immer. So eine Fassade würde ich gerne haben jetzt. Jetzt müsste ich hier das alles so pflastern. Das wäre ziemlich cool. Gibt es das? Oh, das gibt es hier. Alter, Verwalter, wollt ihr mich? Leute, wir hätten von Anfang an den nehmen können. Wir hätten dieses ganze Gebümsel hier uns sparen können. Oh, wie cool ist das denn bitte? Komm mal her, dann machen wir die weg. Zumindest hier vorne könnten wir das ja so machen. Was wir dann da hinten machen, ist ja eine andere Sache. So. Das sieht dann, glaube ich, ein bisschen stylischer aus. So, der steht ein bisschen ab. Das ist okay. Dieses Abstehen ist ja nicht durch den. Das ist, der Knick ist ja hier drin. Das heißt, ich musste das da so etwa andocken. Plus, minus ein bisschen was. Wie gesagt, man darf das nicht immer auf dem Millimeter sehen. Das ist halt unmöglich, das alles so tausend, millionenprozentig hinzukriegen. Und ich bin so ein Freak. Ich versuche es. Naja. Gut, das sieht schon cooler aus. Das sieht schon wesentlich cooler aus. Diese Mauern finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, hier hinten können wir ja sagen, dass das vielleicht so ist. Wir schauen mal. Aber dann würde ich, sorry, dann würde ich den hier auch haben wollen. Und zwar müssten wir vorher wieder, wir wissen es ja mittlerweile, den hier machen. Einmal das auch nochmal kopieren. Oh, die Höhe müssten wir auch einstellen. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Die Höhe können wir gleich nochmal gucken. Die wird im Minusbereich liegen. Und dann will ich die Höhe von denen hier haben. Minus 1,56. Dann gehen wir hier hin. Sagen Minus. Oh, ich muss mal aufpassen. Mikrofonkabel hier. 1,56. So, dann haben wir die perfekte Höhe. Sehr schön. Ach, das ist ja cool. Okay, jetzt gefällt mir das auch wesentlich besser. Jetzt müssen wir hier nochmal ran. So, und jetzt wissen wir mal, dass wir hier auch so eine hässliche Kante haben. Das ist dann halt so. Das ist Design, weiß der Geier. Das ist okay. Ist nicht 100% der gleiche Stein. Aber da kann man ja sagen, dass der Durchgang vielleicht mal gemacht werden musste oder so. Das fällt aber von hinten jetzt nicht so krass auf. Ja, doch, gefällt mir, gefällt mir wesentlich, wesentlich besser auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ich glaube, wir sollten das auch hier durchgehend machen. Also, die Mauern waren okay, aber schön ist einfach anders. Es tut mir leid. Also, schön ist anders. Kommt mal her. Wenn wir das jetzt schön machen, dann richtig. So, wir wissen, wir müssen auf minus 1, ja, vielleicht sollte ich 1,56. Wir wissen, pardon. So, und das wird mir übrigens öfter passieren in dieser und den nächsten 2, 3 Aufnahmen, da ich, wie gesagt, ja ein bisschen erkältet bin durch, ja, man sollte sich halt warm anziehen. So, jetzt docken wir das hier genau an. Mehr oder weniger. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Wo ist der Knutschel? Ja, ich glaube, das kann man anbieten. Und das gleiche machen wir hier nochmal. So, und dann nehmen wir hier minus 1,56. Dann schreien wir mit der normalen Tastatur. Ist ja kein Problem. Halt, entfernen. Und zack. Nein, ich möchte jetzt nicht speichern. Ach, ist das cool. Ja, das ist wirklich cool. Und, ja, wie machen wir denn aber das hier? Ich glaube, das fällt nicht groß auf. Ich glaube, dass das okay ist. Ich glaube nicht, dass hier jemand mit einem Zentimetermaß hingeht und sagt so, das ist gar nicht okay. So, da musste ich jetzt nochmal einen Cut machen, ähm, denn da war der Name lesbar. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn ich aufnehme. Ich, äh, ja. Ich hoffe, ich denke dran, äh, das rauszuschneiden. Das wäre extrem wichtig, denn die Person wird mir sonst böse sein, dass der original Name da drin stand. Oh je, ich, äh, sollte mir das hier mal aufschreiben. Sekunde, 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 Sekunde. Ähm, äh, ich werde, ich werde dran denken. Ich gucke mir die Aufnahme einfach an und dann werde ich dran denken. So, das kann hier so enden, das ist okay. Ja, das fällt auch nicht so auf, das ist okay. Wow, das sieht richtig cool aus. Wirklich richtig. So, ich muss mal gucken. Ja, okay, keine überlebenswichtige Nachricht. Ist halt, wie gesagt, da muss man natürlich drauf schauen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie lange ich vorher aufgenommen habe. Ich schätze mal 20 Minuten, also mache ich hier nicht mehr als 10 in der zweiten Season, weil ich habe einen Cut gemacht, ich habe eine Neuerung, ich habe so ein Streaming-Deck mir geholt und, äh, darüber kann man echt viel steuern. Es ist unglaublich, ich bin auch dabei, das einzurichten. Ähm, läuft noch, äh, doch, es läuft alles, wie ich will, aber ich habe noch viele Vorstellungen, was man damit machen kann und muss auch gucken, wie man das umsetzen kann, ein bisschen rumprobieren und so, aber normale Aufnahme starten, stoppen klappt, ich habe da eine Uhr drauf, kann die Uhr lesen, die, äh, Auslastung des Arbeitsspeichers, des CPU, der Grafiker, es ist, es ist ein Traum. Wie die Laufwerke ausgelastet sind von der, äh, Speed her. Ach, es ist so schön. Es ist wirklich so schön und, ähm, ja, das auf jeden Fall, ähm, finde ich eine echt coole Sache. Ne, das wollte ich nicht. Jetzt brauchen wir nämlich immer den anderen Wert. Jetzt bräuchten wir mal den, denn, FFN, achso, wir brauchen noch eine Sache. Ähm, das minus 1,56. Wie gesagt, da ich jetzt nicht ganz genau weiße, wie lang diese Folge ist, müssen wir mal schauen, wie ich das, äh, dahin wurschtel. Der Vorteil hier ist, wir brauchen eigentlich jetzt nur nochmal hier ein Ende. Hier, so roundabout. Ich würde mal sagen, so in etwa. Kommt aber auch nicht auf einen Millimeter an. Das können wir später nochmal justieren. Wir wollen es ja nur schick haben. Und dann minus 1,56. Dann nehmen wir wieder unseren tollen Wert hier. Den hier brauchen wir in dem Fall. Zack. Und dann können wir das hier hinziehen. Und jetzt geht's los, weil das sieht man ja gar nicht. Dieses, äh, Objekt der Begierde. Und dann kann man das hier einfach ziehen. Das passt schon. Also wir könnten jetzt hier auch mehrere Objekte hinmachen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube nicht, dass das den Aufwand rechtfertigt. Ah, ein bisschen machen wir noch. Ah, bisschen geht noch was. So, das sieht gut aus. Wir müssen jetzt nur mal gucken. Das Problem ist, dass hier kein Kies liegt. Das heißt, da müssen wir mal schauen, dass wir diese Lage hier, die wir hier haben, da noch rüberlegen. Aber das würde ich dann in der anderen Folge vielleicht machen. Von hier unten sieht es ganz brauchbar aus. Das sieht ganz brauchbar aus. Was ist denn da? Da ist nichts weiter, ne? Ich wollte mir das nochmal angucken. Nö, da ist nichts. Das kann man so lassen. Da könnte man Lichter reinstellen oder Automaten. Äh, ziemlich cool eigentlich. Vielleicht stellen wir da sogar die Automaten hin. Wir haben hier Automaten. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Oder? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen jetzt noch die Folge. Da stellen wir die Automaten noch rein. Ich bin mir nicht so sicher, welche wir wollen. Wollen wir hier so moderne oder eher weniger, so altmodische? Und wenn jetzt hier noch einer irgendwas schreibt, wie soll ich das alles rauspixeln? Ah, diese Leute. Diese, ich muss das mal ausmachen. Bei aller Liebe, ich muss das mal ausmachen. Und ciao. Ja. Toll, dass Microsoft das einblendet. Warum blendet Microsoft sowas ein? Oh, das ist jetzt eine Arbeit für mich. Ähm, ja. Wir kriegen das hin. Ich hoffe, dass ich das pixeln kann. Ich weiß es nicht. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal diesen Automaten hier. Kennt ihr eigentlich diese Leute, die WhatsApp nutzen? Und das sind meine Liebsten. Das sind meine Lieblings-WhatsApp-Nutzer. Ach so, der Boden fehlt ja noch. Ähm, die dann, die schreiben dir irgendeinen Text und schreiben dann, ähm, die schreiben das so. Oh, jetzt, das wollte ich auch nicht zeigen. Jetzt, oh Gott, es wird immer schlimmer. Ähm. Ja, wie machen wir das? Die schreiben das, äh, wartet. So. Ich weiß nicht, was da so datenschutzmäßig drauf ist. Keine Ahnung. Ob da meine, äh, Excel-Dokumente oder sowas sichtbar sind. Darum muss ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm. Die schreiben dann so. Hallo. Plim. Abgeschickt. Wie geht es dir? Plim. Smiley. Pling. Du antwortest. Hi. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Der dann wieder so. Gut. Wie sollte es, es mir auch sonst. Na, so lange schreiben die nicht mal. Äh, die machen gut. Und alles. Oder, oder machen so. Alles okay. Mir geht es gut. Versteht ihr, was ich meine? Die schreiben echt, die schicken immer nur ein paar Buchstaben. Oh, äh. Satzbau. Fehlanzeige. Wirklich. Fehlanzeige. Ähm. Boah, die regen mich richtig auf, ne? Da habe ich so ein paar Spezialisten, aber auch in Steam, äh, so ein paar Spezialisten, die regen mich richtig, aber wirklich richtig auf damit, weil die einfach nicht in der Lage sind, einen ordentlichen Satzbau zu schreiben. Und das ist richtig anstrengend. Also, wenn ihr das kennt, könnt ihr es ja gerne mal sagen. Würde mich mal interessieren. Und ich hoffe, dass ihr nicht so seid. Das ist wirklich anstrengend, wenn die Leute nicht fähig sind, einfache Sätze zu bilden. Ich weiß nicht, äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich, äh, den besten, äh, Werdegang im Bereich Schule habe, ja. Auf jeden Fall nicht. Aber das, äh, tut mir leid. Doch. Da würde ich sagen, ähm. Ah, die Höhe hat er übernommen? Ne, hat er nicht. Da würde ich sagen, bin ich dann doch ein bisschen, äh, ein bisschen besser, als es meinen Abschluss, äh, vermuten lässt. Unglaublich, manche Leute. Also, wie gesagt, das regt mich richtig auf. Das sind einfach Leute, die, ich weiß nicht, warum die so sind. Wahrscheinlich sind die einfach nicht in der Lage, ups, wahrscheinlich sind die einfach nicht in der Lage, komplett sich mal Gedanken zu machen, was die da schreiben. Und, und wie das bei den Empfängern wirkt, wenn ich sowas abschicke. Also, das ist ja Stress pur. Wenn ich so eine Nachricht bekomme, da, da, da raste ich ja schon aus, ne. Das ist wirklich richtig schlimm. Sehr schön. Das hat geklappt. Dann kommen wir her, mein Freund. Dicht ziehen wir. Nein. Dicht ziehen wir noch hierher. Das verdecken wir da auch hinter noch, keine Angst. Ich würde mal sagen, so geht das. Das sieht dann, glaube ich, auch ganz cool aus, wenn man da so, äh, reinguckt und erkennt die Automaten in den Nischen. Das hat auch irgendwas. Ich würde aber sagen, liebe Leute, ich, äh, mache mir jetzt erstmal Notizen, dass ich das rausschneiden muss, äh, würde die nächste Folge dann gleich beginnen. Und, ja, freue mich auf euch und eure Bewertungen. Lasst doch gerne Kommentare da. Livestream müssen wir mal gucken, wann wir es machen. Äh, solange ich so ein bisschen verschnupft bin, hat das nicht wirklich viel Sinn. Ähm, ja, da ist das eher kontraproduktiv, glaube ich. Ne, weil da muss man zwischendurch auch mal ein bisschen husteln vielleicht. Und, ähm, ja, ist halt mit den Schnupfen nicht so einfach alles. Gut, ähm, wir gucken mal, wir gucken mal, äh, wie ich das mache und, ähm, ja, ich wünsche euch ansonsten eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Das ist in der Zeit wichtiger denn je. Und, äh, haltet euch so ein bisschen an diese Beschränkungen. Schaut Videos auf YouTube, Twitch oder weiß der Geier wo. Äh, muss nicht immer unbedingt bei mir sein. Unterhaltet euch einfach nur generell, äh, vielleicht mit sowas, anstatt, äh, rauszugehen und da vielleicht andere Leute anzustecken. Ähm, ja, bleibt einfach zu Hause. Das ist eine Botschaft, die finde ich schon wichtig. Ich habe Corona einfach auch nicht so ernst genommen. Ähm, mittlerweile, wenn man sich, äh, anguckt, was in New York Sache ist, was in China Sache ist. In China gibt es Bilder. Ähm, glaubt nicht den offiziellen Zahlen von China, kann ich nur sagen. Das könnt ihr vergessen. Ähm, das ist schon ein bisschen dramatischer da alles. Und, äh, ja, also wie gesagt, da können wir uns glücklich schätzen, wie es hier noch ist. Aber das müssen wir auch so erhalten. Und das geht nur, indem wir uns alle an die Regeln halten. Gut, ich wünsche euch nichtsdestotrotz einen schönen Tag und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Zeron, gehabt euch wohl. Ciao.